Aber Sie wissen doch von den Toten, oder? Die durch die Gegend laufen. Die Dinger. Wie der, den ich heute erschossen habe. Ich halte diese Gruppe zusammen am Leben. Ich habe meinen besten Freund für euch getötet, verflucht. Ich sage, es gibt einen Ort für uns. Es gibt eine Stadt, wird regiert von einem Typen, der sich der Governor nennt. Sie haben Welts, Sie haben ihn gewohnt, das haben wir. Und Sie jetzt auch. Geht man nach draußen, riskiert man sein Leben, trinkt man vom Wasser, riskiert man sein Leben. Und jetzt schon, wenn man atmet. Hält sich auf! Halt! Ich bin Egan.